ja leute und willkommen zurück ja ich habe jetzt mache jetzt dieses video weil ich mich entschuldigen muss ja ganz ehrlich ich muss mich entschuldigen weil naja es ist halt so mein aufnahmeprogramm kann halt nicht so viel aufnehmen sozusagen also nicht so lange deswegen das war halt ein großes problem und deswegen ist die aufnahme einfach abgebrochen ich habe mich jetzt entschieden das doch aufzuladen weil wie gesagt ich habe es jetzt schon dreimal einfach gemerkt und es hat halt immer wieder gefällt und das nervt also habe ich mir gedacht ok machen wir es so wieso nicht also ja das ist jetzt also so ein kleines Infovideo ja hier wie ihr seht ich einfach richtig besseren und viel besseren richtig besseren und zwar ich jedenfalls da habe ich halt nicht so gute sachen ich komme einfach nicht an 2hp 20hp es ist einfach so erniedrigt hier aha ok den will ich jetzt gerade hier ich würde sagen du noch mal ein bisschen schneller da dann... da dann dann... da dann 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 dann, dann dann... dann 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 ja da dann... ja da dann mein Turm... das war ein kampf wo ich auch in arena 4 gekommen bin wollte nur sagen das war der erste kampf durch den ich in arena 4 gekommen bin und so auch alle sachen freischalten konnte das war ein sehr wichtiger kampf weil ich dadurch halt sehr viel kriegen konnte und bald auch kriegen werde naja jedenfalls wollte ich das jetzt noch mal sagen tut mir leid trotzdem würde ich mich über ein abrunden eine bewertung machen machen wir dann noch mal zu der riesen und der super magic chest machen wir doch immer einmal alles einmal alles in allem eine ja gut das jetzt noch mal so als kleine info so